Ja, wie lernt man minimalinvasives oder sanftes Implantieren? Im Grunde genommen aus der Erfahrung heraus, dass man das konventionelle Implantieren einfach nicht machen möchte, weil ich es selbst bei mir nicht anwenden würde, wenn ich es nicht müsste. Das heißt also, ich möchte einfach dieses Leiden und das, was drumherum an Schmerzen entsteht, nicht haben. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich erst in dem Moment angefangen hatte zu implantieren, als ich ein spezielles Implantatsystem entdeckt hatte, das eine Keramikbeschichtung hat, die ist einzigartig in Deutschland, also nicht Keramikimplantat, sondern ein normales Titanimplantat mit einer Keramikbeschichtung. Das heißt also, da ich auch aus dem ganzheitlichen Bereich komme, wollte ich nie Metall direkt mit dem Knochen in Verbindung haben. Und das war das Erste und bis jetzt auch das Einzige, was bekannt ist, was nachweislich tatsächlich keinerlei Auswirkungen auf den Organismus hat, also keine Metallpartikel, die im Knochen sein können und deswegen die Vorteile einer Keramikbeschichtung im Knochen hat und die Vorteile der Titanimplantate. Das heißt also, lernen kann man es bei bestimmten Implantatherstellern, die so etwas anbieten, minimalinvasives Implantieren. Aber es muss eine Philosophie sein. Man muss es selbst im gesamten zahnmedizinischen Handeln und in seiner Tätigkeit durchziehen, diese Empathie für den Patienten. Den Patienten wirklich so wenig wie möglich Leiden zu fügen, das steckt einfach dahinter. Natürlich gibt es Grenzen und diese Grenzen, die können dann Gottlob andere Kollegen mit ihrer Fachkompetenz lösen. Wir haben unsere Chirurgen, wir haben unsere Implantologen, die gerne Knochenaufbauten machen. Überhaupt gar keine Frage, hat alles seinen Stellenwert und brauchen wir auch. Aber im normalen Bereich, im wirklich ganz simplen, einfachen Bereich geht es auch wirklich über die sanfte Methode und über 20 Jahre mache ich das jetzt und seit der Zeit im Krankenhaus genommen, kann man sagen, kein Skalpell mehr in der Hand gehabt, wenn es um Implantate geht.